Das Sicherheitsmesser U004 ist durch den vollautomatischen Klingrückzug besonders sicher. Sobald die Klinge das Schneidgut verlässt, wird sie automatisch in den Griff zurückgezogen. Dieses Sicherheitsmesser kann von Rechts- und Linkshänden benutzt werden. Es eignet sich besonders für dicke Materialien wie Pappe, Kartonage, Gummi, Bänder und vieles mehr. Das Gehäuse ist aus Metall und dadurch besonders robust.